Entscheidung über Hinzuverdienstgrenzen durch Rentenpräsidentin gefordert. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung, Rossbach, hat sich im Zusammenhang mit ihrer ablehnenden Haltung zur Zahlung der 300 Euro Energiepreispauschale für Rentner auch zur Hinzuverdienstgrenze bei Altersrenten geäußert. Rossbach plädiert dafür, die ausgeweiteten Hinzuverdienstmöglichkeiten für Rentner zu verlängern. In der Pandemie wurden die Hinzuverdienstmöglichkeiten für Rentnerinnen und Rentner erheblich verbessert. Das könne man doch jetzt fortführen, hat sie gesagt. Noch für 2022 gilt, dass bei vorgezogenen Altersrenten anrechnungsfrei ab Rentenbeginn 46.060 Euro dazuverdient werden können. Ab 2023, wenn sich nichts ändert, gilt dann wieder die Hinzuverdienstgrenze 6.300 Euro. Und das, obwohl im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition klar geregelt ist, dass die Hinzuverdienstgrenze entfristet werden soll. Ob die Forderung der Rentenpräsidentin im Zusammenhang mit ihrer ablehnenden Haltung steht, dass Millionen Rentnerinnen und Rentner die 300 Euro Energiepreispauschale nicht bekommen, das kann ich nicht beurteilen. Vielleicht steht hinter dieser Forderung aber der Gedanke, dass Rentner noch länger arbeiten sollen, ohne befürchten zu müssen, dass sie mit ihrer Arbeit, mit ihrem Hinzuverdienst dann eine geringere Rente bekommen. Vielleicht sozusagen länger arbeiten, um auch die Energiekosten irgendwie monatlich abzufangen. Die Rentenberater von Rentenbescheid24.de können sich grundsätzlich der Forderung von Frau Rosbach anschließen, die Hinzuverdienstgrenze von 46.060 Euro auf das Jahr 2023 und noch länger auszudehnen. Die Hängepartie, ob und wann die Entscheidung zur Verlängerung der Hinzuverdienstgrenze kommt, muss endlich ein Ende haben. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil muss Farbe bekennen und sagen, wie es mit der Hinzuverdienstgrenze bei Altersrenten im Jahr 2023 weitergeht. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. 11.21